hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video und heute wieder mal schiene vier dabei hallo ja und heute werden wir einfach mal eine folge machen let's play micraft und ja ich würde sagen wir fangen direkt an wir brauchen auf jeden fall erstmal holz wir brauchen erstmal holz ich habe nun direkt eine wolle das ist das erste video was wir jetzt hier auf dem pc aufnehmen ist richtig also von hinten das ist jetzt schön heiß ok komm her du bist du jetzt mal da bist du ja ich hab gekauft heute kannst du mir sticks geben So. Sticks machen wir ja. Und machen wir ja nun nochmal Sticks. Acht Sticks, äh, ich glaub die Hintergründe. Und ja, okay. Weiß, vielleicht muss man kurz rein. Spitzhacke und ein Schwert auch sehr wichtig. Ich pack das Leute nach. Wenn wir die nach durchgehen, ich schwör. Lass einfach hier am Sporn sein. Ja, ich pack mir jetzt nicht so viel Kur auf. Ich pack mir nur ein Schwert machen, aber das weiß ich nicht. Das wird jetzt auf jeden Fall öfters kommen. Heute wird es auf jeden Fall noch im Stream kommen. Ja. Ich kann halt nach dem Tag ein Stream machen. Ja. Also so 13 Uhr oder so. Wissen wir mal noch nicht? Wissen wir mal noch nicht. Wissen wir mal noch nicht. Wissen wir mal noch nicht. Ich komme. Hier ist das. Hier. Was ist das? Hier. Guck mal. Die Monster ist ja sowas. Komm hier mit hoch. Soll. Willst du? Ja. Was war hier so böse? Die Mama kommt von mir töten. Ich guck doch nicht. Nein. 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 Okay. Lass sie jetzt hier bleiben. Noch ein bisschen Holz fahren können wir? Ja. Oh scheiße. Ich bin gerade dabei. Ja komm wieder hoch. Wir müssen immer frisant bleiben. Ich hab ein bisschen Holz gefahren. Was? Echt in deinem Namen. Da. Da. Auf jeden Fall wird noch eine Aufnahme von. Die. 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 Ich glaub. Nicht direkt aufbrauchen. Was hast du? Nicht direkt aufbrauchen. Wenn. Es ist nett. Du musst dir. Ich hab' ich brauche. Ach klar. Wusst du das? Nee. Komm. Ja ich kann mal. Ja. Let's go. Und. Was? Ich bin. Ich bin. Ich bin geduckt. Ich bin geduckt. Was? Ich bin geduckt. Ich bin geduckt. mit den nächsten fahrten doch das hier lang geht die nacht nicht mehr so lang ja ich weiß ja wie laut kann man sein also von weg nach wie der billig war Ihr Freunde zwei habt ein bisschen feiert. Nein, ich seh dich nicht. Ja, ich bin irgendwie zu los und ein bisschen fühlt. Da! Siehst du meinen Namen? Komm da. Da ist niemand. Ja, da sehe ich dich. Komm. Wieso spielt sie auch nicht wieder mit dem PC? Ja, aber... Ich bin ja nicht richtig reingegangen. Ja, ja. Dann muss man zurück herum. Da liegt dein Stuff. Hab ich den aufgewandelt? No. Ich brauche kurz das Schraub, das ist sehr wichtig. Ich lass es sagen. Sag mal den bitte nicht drauf. Ich muss mein Stuff bewerben. Hier. Ich sehe ihn halt nicht. Ich sehe hier nichts. Ich bin nicht so richtig, weil er macht es. Ich muss mein Schwerarzt. Ich muss mein Schwerarzt gesagt haben. Nein, komm. Ich brauche noch. Ich hab nichts. Ich hab kein Pferd. Ich muss mir gehen. Liegt hier. Liegt in der Kugel. Ich... Liegt in der Kugel. Warte. Ich würde mal gucken. Warte. Warte. Warte, warte, warte. Und? Bist du? Bist du? Ich sehe dich, warte, ich bin mal. Ja, ich komme zu dir auf. Das war so. Ja, ich gehe die Treppe. Ja, alles gut. Ich komme zu dir auf. Kein Problem. Gehen Sie ja, wie? Schlafen! Okay, nice, 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 nice. Deine lassen sich schicken. Nein, ich nehme mal scharfen Schlafen. Oh, da lebt mir Eier, ne? 2. Drei Eier. Bist du Zambi? Oh, krassend. Oh, krassend. Kannst du mir dann Bescheid sagen, wenn ich... Ich tue dir die Trommelbescheid. Pass auf, du Aspen! Zeig zu dem Kapitel Wolf. Das kann ich doch gar nicht überlegen. Oh! Ja, weil, wie geht das? Wie von euch wird dann sagen, ich hab dir auf die Seite auch gerne schlafen, in die Seite auch nicht überlegen. Ich geh auf eine 2. 2, 2. Ja, tschi-tschi. Ich muss erstmal von euch den Jopi weggehen, damit ich mal eine Tore setzen kann. Okay. Ich würde mit dem Fall sagen, wir seh' jetzt dann in der nächsten Folge und auf jeden Fall. Ciao, Leute!